Jeden Topatik meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Vollgeist-Turnier. Wir gehen in die zweite Folge des Vollgeist-Turnieres. Und ja, da ist was passiert, was sich kein Mensch denken konnte. Also da hat ein Teilnehmer gewonnen. Wir waren 38 Teilnehmer, also knapp 40. Zu dem Zeitpunkt glaube ich 36. Und da hat jemand gewonnen? Das hätte kein Mensch gedacht. Also viel Spaß mit diesem Video. Mehr wird es dann auch von diesem Vollgeist-Turnier nicht mehr geben. Danke nochmal an alle Teilnehmer. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Falls du neu bist, gerne ein Abonnement da lassen. Ja, Kommentar für Algorithmus nicht vergessen, so wie immer. Und viel Spaß. Umfassbare Clips schon entstanden. Ja, glaube ich auch. Was ich wirklich, was sehr selten passiert, muss ich sagen. Es wird sich sehr, 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 Abfahrt, good luck. Ja, good luck an alle. Es wird sehr, sehr wenig festgehalten. Ich hätte mehr gedacht, dass die Leute das richtig ausnutzen. Wird ein harter Cut, aber ja. Vielleicht cutte ich auch gar nicht und das uncutte hoch. Aber erst mal ruhe ich mir jetzt diese Runde hier. Nein. Nein, muss nicht sein. Echt nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ey, ey. Ey, die Dinger haben mich einfach Dings. Die haben mich... Wie heißt das? Gefickt einfach. Ich würde eigentlich ein anderes Wort sagen, aber hat nicht klappt. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Nice. Dings hat. Dings hat festgehalten und kassiert. Hahaha. Oh, ich dachte gerade, mein Stream ist gecrasht. Oh mein Gott. Ja, L2. L2. Ich denke an euch. Aus, ab. Ach so, habe ich noch nicht verstanden. Wann ist das? Von dir und Tobi oder was? Geil. Feiert ihr wieder zusammen? Was ist das Motto? Das ist eine gute Idee. Ich frage jetzt einfach mal Chat. Chat, die sind 56 Zuschauer. Ich gehe im August auf eine Motto-Woche. Ich muss mit meinem Anfangsbuchstaben N mich kleiden. Oh shit. Nashornangriff. Ist sehr gut. Ja, Naruto. Also, Dings. Ich glaube, wir werden hier alle sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn eine Runde? Mit N. Chat mit N. Neon-Signo. Oh mein Junge. Die sind so dumm. Ich bin raus. Digga, bitte, bitte. Ey, warum gehen die alle auf mich? Die saßen. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als Nudeln schreibt. Dregoni. Als Nashorn. Echt Junge. Wie viele Leute raus sind. Geh als Nuschelnite. Ja, obwohl der war auch nicht schlecht. Der war echt nicht schlecht. Controller ist kaputt. Das war's. Ninja. Ninja auch sehr gut. Oder Nackig. Ich komme einfach. Benito, Benito, Benito. Braun. Wir gucken, wer im Finale ist. Envy neutral gleiten. Ja, Krams hat das Spiel gedribbelt. Shinox, kurz für den Host mit 5 Zuschauern. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat das ganze Ding hier gefallen. Und du weißt, du bist immer wieder herzlich eingeladen. Shinox ist tatsächlich bei jedem Turnier, glaube ich, jetzt dabei gewesen von mir. Voll Shanks, schon wieder im Finale. Wasted auch immer sehr gut dabei. Wasted. Er ist ihn auch am Start. Dubs. Zu Dubs gehen wir jetzt rein. Dubs war noch nie so weit, glaube ich. Dubs war noch nie so weit, glaube ich. Dubs, du bist das erste Mal so weit, ne? Yes, Sir. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, ich finde gar nichts hier, Mann. Null Punkte. Die Perdi-Ratte. Der spielt ja wie Schalke in der Hinrunde letztes Jahr. Die Perdi-Ratte. Oh, wenn ihr den hier richtig am schießen. Hey, hey. Er ist los. Shanks schon weiter Dubs, du hast null Punkte. Und Stylida. Nur. Dubs, du hast null Punkte. Ein, jetzt. Meter mal Meter. ZDR ist auch sehr gut, hat auch ein Ding. Das ist mein Chef. So kenne ich ihn. Am Watscheln, Jungs. Ich bin auch schon was, ja. Ich bin so schlecht. Schwach. Ich bin's doch. Ich bin's doch. Schwach, Alter. Es ist immer so schön, wenn man weiterkommt, ne? Bitte? Man muss auch mal Dubs hoffen. Junge, Primzy und ich betteln uns mehr als um jede Hotpoint-Lobby hier gerade, Digga. Das ist krank. Oh mein Gott, Digga. Benito hat vier Punkte. Raus. Da gab's eventuell im Finale, wenn er jetzt Glück hat. Nimmt da drei Punkte mit. Wasted, der auch sehr, sehr gut. Ich glaub, Wasted ist auch ein Kandidat für 30 gerade. Die sehen Sie waren sehr, sehr oft weit vorne. Sehr, sehr oft. Oh, Baggy, ey, das ist sehr krass. Notfall, Notfallsanitäter und dann diese anderen hochprozentigen Spritzen verteilen. Hat Spaß gemacht, aber null zufrieden mit meiner Leistung. Ey, Wiz, geh mal als Nonne. Ne. Not. Ausrufezeichen Seventy-We müsste es sein. Ausrufezeichen Seventy-We. Alter, holy shit, man. Shanks, Dubs. Primzy. Wir gehen zu Primzy rein. Machst du gut, Primzy, muss man schon sagen. Primzy, wenn du das Ding jetzt gewinnst. Dann bist du eventuell in der Top 3. Wolltest du mal sagen. Nein. Oh, hier nix. Hier nix. Hallo, hallo, hallo. Gibt ihr auch Gewinne? Ob es Gewinne gibt, ja. Nein. Oh mein Gott. Wichtig. Dinger, das ist nur was Wettel, Mann. Ich kann nicht mehr. Hui. GG. Ich schwöre. Ich schwöre. Stuck, 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 stuck. Go. Oh, Namen, Namen. Sad, dass du nichts mehr am Verlieren ist. Ey, 4. Alter, Part 2 meiner Gebrochenheit ist auf Twitter. Hat Spaß gemacht, Bro. Props an dich. Gerne öfter. Ey, machen wir auf jeden Fall öfter, Erzin. Machen wir auf jeden Fall öfter. Vor allem, ich muss auch an die, also die Leute, die jetzt am Start sind, ihr seid alle zuverlässig, was das angeht. Ihr habt zugesagt, seid gekommen. Finde ich super. Keiner ist nicht gekommen und hat nicht abgesagt. Sehr, sehr stark. Also wirklich, hier, Claps auch an euch. Könnt ihr auf die Schulter klopfen. Extra aus Sylt angereist. Digga, Minion, ich küsse dein Herz. Ein Mann, ein Wort. Was wird öfter gemacht? Turniere im Fallgeist oder allgemein? Allgemein. Ich, äh, nächsten Monat, äh, veranstalte ich ein Rocket League Turnier, wo es, äh, Preisgeld über 300 Euro gibt. 24 Personen brauche ich da. Ist ein Bracket, Duo Bracket. Und da habe ich gerade... Lass mich gucken. Hier Oldschool, ne? Hä? Oldschool, Wisinio und so? Wo haben wir immer einen Zettel? Hier, da habe ich. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Blöze Leute! Ich brauche noch 10 Leute tatsächlich für mein Rocket League Turnier, was schon nächsten Monat stattfindet. Raus. Primsi raus. Ist Dubs weiter? Dubs im Finale. Dubs Wasted und Shanks. Finale. Letztes Finale. Nochmal richtig hier Hype machen. Hype machen. Finale. Dubs im Finale. Ich brauche jetzt... Ich muss Dubs jetzt richtig... Ich brauche die Reaction von Dubs. Dubs im Finale. Erstes Mal. Wir müssen hier rein. Mike Gang Gang. Ich laufe in alle Reine. Ich sage dir, wie es ist. Dubs im Finale. Wasted und Shanks haben wir schon im Finale gesehen. Deswegen sind wir jetzt bei Dubs. Weil Dubs... Ja, Shanks hat das schon geholt. Ja klar. Der hat das schon geholt. Aber wenn Dubs jetzt hier das Ding holt, dann... Ich weiß nicht, wie gut vorher Dubs war. Aber Wasted auch immer im Finale gewesen. Wenn er das Ding jetzt holt, ist er auch sicher in den Top 3, denke ich. Hubs Junge, du bist der Beste. Wenn ich groß bin, dann will ich mal so sein wie du. Guckt euch Dubs an. Übrigens, Dubs spielt meinen Charakter. Wollte ich nur mal so sagen. Du hast zu wenig Sonnenbrand. Ja. Rehsalz gibt der Background danach durch. Kuss, danke Rehbi. Hoffentlich. Der hat dich einfach gedribbelt, Junge. Lass das nicht. Ja, chill mal jetzt. Schick dich nicht mit Gänseblümchen an. Ehrlich? Ja. Der ist einfach schlauer als du. Der Typ ist einfach ein Geek. Diga, ey. Einfach. Schenks hat einen Namen bekommen. Der heißt Gänseblümchen, Alter. Und vor allem, weil der alle hier weghaut, hört sich Gänseblümchen richtig auf Disrespect an. Ein Gänseblümchen. Fickt euch hier dauerhaft. Mich inbegriffen. Schön, Dubs. Schon hart. Richtig. Ja, ich habe ja vorhin versucht, ihn festzuhalten. Und dann habe ich direkt Karma kassiert. Wurde ich direkt rausgeschleudert. So was macht er nicht mit dir, Dubs. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Schenks einfach untouchable. Aber machen die gut. Machen die gut hier im Finale. Was liegt dann im Scan? Ich muss nachher auf jeden Fall noch ein paar Sachen highlighten, ey. Dieser Schrei da vorhin, ne? Du bist das, Diga, das Beste. Du bist genauso gut wie der beste Spieler der Nails, Dubs. Diga. Ja. Der Dubs freut sich gerade so und fliegt gleich raus. Diga, aber die sind richtig am Ölen, Alter. Heftig. Die ganze Zeit anderen auf der gleichen Ebene. Einfach Sauna-Party hier. Dubs, der Chef, feucht dich sogar an. Go, Chef. Hoffentlich gewinnt Dubs. Oh, Alter. Ganz stark. Der ist so gut. Oh. Keine gesehen. Und jetzt gehe ich rüber zu Wasted. Jetzt machen wir ihm Druck. Wasted hat auch Druck. Ich wollte nur mal sagen, dass du auch Druck hast, Wasted. Du könntest in die Top 3 kommen, Wasted. Warum sagst du das? Warum machst du das? Alles war jetzt gerade chillig. Bis du kamst. Das muss auch spannend hier werden. Letzte Ebene. Also wenn du das Ding jetzt geholst, 5 Punkte. Oh, was? Was? 5 Punkte kriegst du was, wenn du das Ding holst. Frage an, Chat. Welche M&M sind die besten? Welches Red Bull? Ja, welches Red Bull mit welcher M&M? Ich sag einfach extra weiß. Nein, ich springe am Ende noch nach rechts rüber. Und M&M ist Crunchy oder wie heißt? Er ist Kellogg's. Respektier ich. Oh, meinst. Oh, Dubs hat das Ding. Der Typ ist so süßig. Oh, Dubs hat das. Alter. Dubs hat so viel Glück. Was ist denn los hier, Alter? Du bist. Junge, so stark. So stark, Junge. Erstes Erfolgserleben jetzt. Junge, was ist denn los? Gämmel, ich war's. Bis zum nächsten Mal. bisschen Ski. Hu lease.